So, kleiner Schwenk da, vom Radl, unter Untersberg, bin jetzt da hier oben in Ullstein, und da haben wir eine kleine Pause gemacht. Ja, das ist das Kraftberg-Ullstein, und da ist die Autobahn da oben über die Sorge zu. Nur so kurz zur Dokumentation. Ja, ich bin jetzt nach fünf Kilmer Wetter gelandet im Gartenau St. Bernhard, das ist die Königsjache. Ich bin jetzt in Grödig gelandet. Da schauen wir da oben. Das war Hintergaslob, da schauen wir oben am Gaisberg. So, da ist die Schokoladefabrik, die Kirche von Grödig. So, ich bin jetzt kurz vor dem Schloss Glanegg und fahre dann in den Gutshof. Ich habe so ca. 17 Kilometer hinter mir. Und das wollen wir jetzt festhalten. Der Herr Baron ist zu Hause, weil die Fahne weht. So. 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 Ich bin jetzt 20 Kilometer gefahren, bin jetzt auf diesem Radweg zwischen Fürstenbrunn, da sieht man sich jetzt schön da oben, zwischen Fürstenbrunn und Wals, habe ich ja genauer gesagt, Golis, zwischen Wals, zwischen Fürstenbrunn und Golis, bewege ich mich da an der kleinen, dann wird man so wunderschön plätschern, so, ein etwas störender Verkehrslärm, jetzt auf der Havelange drüben, der Autobahn dreht, sehe ich es. Ja, nach 26 Kilometer bin ich jetzt gelangt in Wals, das ist so eine kleine Kapeln, das heißt da Kapelnweg und das ist so eine kleine Oase zum Niedersitzen da, sehr schön. Jetzt sind weiter Richtung Fluthofen, gleich am Turm, da steht mein Fahrrad, das Rad, und ich sehe das jetzt dann über das Internet, Internet ist etwas Feindes. Ja, jetzt bin ich gelangt am Oterbohrsee, da sieht man da den Oterbohrsee wie, aber im Hintergrund lang durchs Berg. Ja, bin ich am Flughafen gelangt, da ist der Taxi-Standplatz, da waren gerade jetzt so ein paar Maschinen da, hat die Taxi alle weggerissen, da stehen uns da, die armen Kunden, und wartet nach einem Taxi. Das kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. So, da habe ich mich schickt, jetzt weiß ich, wo ich momentan bin. Ja, jetzt bin ich gelandet, zum Schluss noch, im Tonnenbergpark, bin ich vom Flughafen da umgefahren, hinten um über Lebenskran zum Tonnenbergpark. Das ist das Radl, Auto, ich bin alleine gefahren, ich habe keinen Partner mitgehabt, der hat ein Problem, mein Partner hat ein Problem. So, da sind wir noch, da noch, um zum Tonnenbergpark, und da drüben, das sind grün, 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 da spielen sie Fußball, etc., etc., so. So, das ist jetzt recht zum Verschicken.